Als Bar-Kochba-Aufstand bezeichnet man den jüdischen Aufstand gegen das römische Reich von 132 bis 135 n. chr. Unterführung von Simon Bar-Kochba, er führte schließlich zur Zerstörung der letzten Reste eines größeren, geschlossenen jüdischen Siedlungsgebiets in der römischen Provinz Judea und löste die Diaspora des Judentums bis in die Gegenwart bzw. bis zur Gründung des Staates Israel 1948 aus. Anlass, welcher Anlass zum Ausbruch des Aufstandes führte ist unklar. Einige Quellen berichten von einem allgemeinen Beschneidungsverbot sowie von Absichten. An der Stelle des im Jahre 70 zerstörten Jerusalemer Tempels ein römisches Heiligtum zu errichten, doch ist umstritten, ob diese Maßnahmen nicht eher als Strafen nach dem Krieg verfügt wurden. Einige Historiker sind der Ansicht, das Beschneidungsverbot sei ohnehin nicht ausreichend gut belegt, da man lediglich von einer Lockerung des Verbotes, dass Hadrians Nachfolger Antoninus Pius verfügte, wisse, sei keineswegs eindeutig zu sagen, ob wirklich Hadrian zuvor das allgemeine Verbot erlassen hatte. Viele Forscher halten es daher für wahrscheinlicher, dass vielmehr die Errichtung einer römischen Kolonia namens Aelia Capitulina den Anlass für die Unruhen dargestellt habe. Die Gründung dieser römischen Stadt an der Stelle von Jerusalem lässt sich durch neue Münzfunde bereits auf 131 datieren. Die Gründung einer römischen Siedlung war ursprünglich kaum als Strafe, sondern eher als wohlwollende Geste gemeint. Doch hatte Kaiser Hadrian die Reaktion der Juden wohl falsch eingeschätzt. Die ältesten Quellen, Pausaniasch und Eusebius, führen den Aufstand lediglich ganz allgemein auf die grundsätzliche Ablehnung der römischen Herrschaft durch die Juden zurück und erwähnen keine konkreten Anlässe. Verlauf Rabbi Akiba, der den Aufruhr stützte, hielt Bar Kochba für den lang erwarteten jüdischen Messias. Deswegen prophezeite er, dass der Aufstand erfolgreich sein werde. Trotz erheblicher Anfangserfolge der Juden endete der Aufstand in einer schweren Niederlage. Er wurde auf Befehl des römischen Kaisers Hadrian durch seinen Feldherrn Julius Severus niedergeschlagen. Etwa 580.000 Juden verloren ihr Leben, 50 Städte und 985 Dörfer wurden zerstört. Vermutlich nahmen die Römer damals auch blutige Rache für den Diaspora-Aufstand, der unter Kaiser Trajan letztlich zum Scheitern eines Paterkrieges geführt hatte. Aber auch die kaiserlichen Truppen scheinen aufgrund des verbissenen Widerstandes der Juden enorme Verluste erlitten zu haben. So mussten in den Jahren 133 und 134 die Flottenmannschaften aus Misenum unter Verleihung des Bürgerrechts in die Legionen eingegliedert werden, um deren Ausfälle möglichst zeitnah zu kompensieren. Wie groß die Rolle war, die religiöse Motive bei dem Aufstand spielten, ist in der Forschung umstritten. Außer Rabbi Akiba scheinen die meisten Schriftgelehrten eher abseits gestanden zu haben. Und auch die Legenden der von den Aufständischen ausgegebenen Münzen sprechen nur von der Erlösung bzw. Befreiung Israels und Jerusalems. Die Rebellion scheint vor allem von der Landbevölkerung getragen worden zu sein. Simon Bar Kochba wurde schließlich 135 in einem Gefecht nahe der Festung von Beta, seinem letzten Rückzug, sort südwestlich von Jerusalem, getötet. Viele seiner Anhänger wurden hingerichtet, unter ihnen auch Rabbi Akiba. Im Rückblick mussten auch die überzeugtesten Anhänger von Bar Kochba davon Abstand nehmen, ihn als Messias zu sehen. Denn in der jüdischen Heilserwartung sollte das Wirken des Messias in eine Zeit des Weltfriedens münden. Und alle Juden würden Gottes Gebote achten, folgen. Mit dem Tod Bar Kochbas war der Aufstand endgültig beendet. Jerusalem wurde vollends zerstört. Juden wurde verboten, dort zu leben. Auf den Ruinen Jerusalems wurde die römische Stadt Aelia Capitolina erbaut. An der Stelle des im Jahr 70 zerstörten jüdischen Tempels entstand ein Jupiter-Tempel. Laut Cassiostio wurde der Jupiter-Tempel allerdings schon vorher an der Stelle des zerstörten Tempels errichtet. Und dieses Sakrileg soll dann nach Ansicht vieler Forscher Auslöser des Kriegs gewesen sein. Auch wenn die von Cassiostio genannte Zahl von 580.000 unmittelbar bei Kämpfen getöteter und einer unbekannten Zahl an Kriegsfolgen umgekommener, bezweifelt wird, so muss von einschneidenden Verlusten ausgegangen werden. Im ölreichen Galilea sei in den folgenden Jahren der Ölbaum eine Seltenheit geworden und die Gefangenen seien so zahlreich gewesen, dass auf den Sklavenmärkten die Preise abgestürzt seien, so berichten Hieronymus und das Kroneiken Paschale. Bis in die Neuzeit wirkte sich der Verlust des Zentrums aus. Bereits vor dem Aufstand hatte ein Großteil der Juden außerhalb des jüdischen Kernlands gelebt. Doch in Folge des babylonischen Aufstands waren mit Alexandria und Antiochia zwei der großen Zentren des jüdischen Lebens in der Diaspora vernichtet worden. Am ehesten noch hatte sich in der Folge Galilea den Charakter eines geschlossenen jüdischen Siedlungsgebietes bewahrt. Dort entstanden wieder erste Sammelpunkte jüdischen Lebens. Unter den Taneiten Rabbi Meier und Shimon ben Jochai wurde in der kleinen Ortschaft Usha in Galilea der Sanhedrin neu begründet. Shimon ben Gamliel wurde dort erster der jüdischen Patriachen, deren Sitz unter Jehuda Hanasi nach Bet-Shiarim verlegt wurde. Die römische Provinz Judea wurde in Syrie-Palästina umbenannt und behielt diesen Namen bis zur Eroberung durch die Araber im 7. Jahrhundert.